Auf geht's ins Allgäu. Hier steht er nämlich, der erste Secret-Tex-Automat Deutschlands. Sieht aus wie ein Snack-Automat. Ich kann davon nur nichts essen. Korrekt, das System ist simpel. Eigentlich ist das ein Eier-Automat mit extra großen Fächern. Perfekt für Pakete. Den Fixpreis von 8 Euro kennt der Automat. Nummer wählen und voilà. Alter Schiff! Waren die Airpods drinne? Zweimal? Wahnsinn. Das ist Haarschmuck. Ich glaub schon, ja. Das ist wie so Geburtstag. Woher kommen die Pakete? Und darf man die überhaupt öffnen? Dahinter steckt ein Mann mit einer extrem cleveren Geschäftsidee. Beste Ware. Jürgen hat das Automatengeschäft im Dezember 2023 angefangen. Der Erfolg war weitaus größer, wie wir gedacht haben. Heute kommt eine frische Lkw-Lieferung. Servus. Die ist dringend nötig, denn die Pakete werden schon wieder knapp. Aktuell bekommt Jürgen fast dreimal die Woche Pakete. Heute regnet es, da müssen diese schnell verstaut werden. Ich bringe mir jetzt die heiße Ware ins Lager. Lagerhalle oder eher Scheune? Wir haben jetzt irgendwie was anderes erwartet. Es musste schnell gehen. Die Menge wurde immer mehr. Darum dieses Behilfslager. Die 1.200 Pakete sind verstaut. Aber wo kommen die her? Meine Großhändler sind in Deutschland, aber auch europaweit. Amazon, DHL und Co. verkaufen die Pakete an Großhändler. Da bestellt Jürgen dann seine Ware. Palettenweise. Das ist möglich, weil allein die Deutschen 56% ihrer Pakete zurückschicken. Ein Retouren-Imperium. Gekauft wird nach Gewicht. 5,50 Euro für 1 Kilo DHL-Pakete. Mindestabnahme 250 Kilogramm. Aber darf Jürgen überhaupt Retouren weiterverkaufen? Ja. Secret-Packs sind Pakete, die den Kunden nicht erreichen konnten. Aufgrund eines Zustellungsfehlers. Liegt die Schuld beim Kunden, weil die Adresse nicht stimmt, hat er Pech gehabt. Liegt die Schuld beim Zusteller, gibt es natürlich Geld zurück. Was dann mit dem Päckchen passiert, hängt vom Auslieferer ab. Der verkauft sie dann an Großhändler. Das ist wie beim Fundbüro, wenn niemand danach sucht. Die Adressen müssen unkenntlich sein, bevor sie an einen neuen Käufer gehen. Datenschutz ist enorm wichtig. Dann landen sie bei Jürgen im Automaten. Ja gut, die 1200 Pakete, ich denke, da kommen wir so eine Woche ungefähr, kommen wir durch. Wir haben das mal gegengerechnet. Bei einem Fixpreis von 8 Euro pro Paket und 1200 verkauften Paketen innerhalb einer Woche macht das 9600 Euro. Ziehen wir davon die 6600 Euro Einkaufspreis ab, bleiben 3000 Euro Gewinn jede Woche. Aber wieso machst du die Pakete nicht auf und verdienst so noch mehr? Warum ich das nicht mache, ganz klar, das ist einfach eine zeitliche Geschichte. Ja, das neue Handy oder die teure Uhr können auch mal dabei sein. Aber alle Pakete öffnen, auf Wert- und Schäden checken, weiterverkaufen, das kostet viel Zeit. In einem Automaten stecken ist deutlich einfacher. Aber was braucht es dazu? Durchhaltevermögen und die richtigen Händler bzw. Kontakte, das sind die wichtigsten Sachen. Ich habe auch schon Paletten gekauft. Puh, da haben wir wirklich ganz, ganz schwer schlucken müssen. Jürgen hat sich das selbst beigebracht. Er ist eigentlich Abteilungsleiter einer Molkerei, sieht aber eine Chance im Retourenverkauf. Die Idee, einen Eierautomaten für Pakete umzubauen, kam ihm eines Abends auf der Couch. Die Regionalautomaten gibt es schließlich überall und haben die ideale Fächergröße. Darum muss man da wirklich, wenn man da einsteigt, andere Händler zum Beispiel fragen, wo sie zum Beispiel kaufen, wer hat die gute Ware, wo passt das preislich dann natürlich auch. Der Secret-Pax-Automat scheint eine richtige Geldmaschine zu sein. Deshalb bekommt er Zuwachs. Hier kommt der zweite Automat. Da haben wir tausend Packungen heiße Ware dabei, Automaten aufgeladen und dann geht es ab über Berg und Tal. Die Familie packt mit an. Tatjana, seine Frau, ist am Start. Volle Vorfreude. Niemals hätte ich damit gerechnet, dass das so durch die Decke geht. Und wir sind total überwältigt. Bisschen überfordert. Auch der Schwiegerpapa. Die wichtigsten Werkzeuge ist einmal das Kartenmesser und natürlich das Telefon. Alles klar. Gut, bis dann. Läuft. Sorry, ich habe irgendwie gelebt. Das sind Sachen, die passieren, ja. Und hier soll der Automat hin. Aber warum an diesem abgelegenen Bauernhof? Der muss nicht an der Hauptstraße stehen. Das ist ein Highlight. Das gibt es nur hier. Das gehört da einfach mit dazu. Weil die Leute gehen den Kompromiss ein, da mal 10 Kilometer, 20, 50 Kilometer zum Fahren. Amazon, DHL, Hermes. Es ist alles dabei. Die meisten Kunden stehen natürlich auf große Pakete. Aber das hat oft nichts zu sagen. Wir haben am Wochenende einen da gehabt, er hat das aufgemacht. Der will jetzt zum Juwelier gehen und möchte das überprüfen lassen. Er sagt, er hat Goldkette rausgebracht. Jürgens Geheimtipp, DHL-Pakete statt Amazon. An dem Paket hier könnte jetzt zum Beispiel eine Decke drin sein. Könnte aber ganz was anderes sein. Jetzt Adresse schwärzen, Automat befüllen und das Allerwichtigste. Machen wir jetzt Wölbung. Jetzt müssen wir erstmal einen Text überlegen. Das geht nach Jürgens Erfahrung am besten über die sozialen Medien. Seine Zielgruppe treibt sich am liebsten auf TikTok rum. Weil TikTok dieses Thema Sequel Pack sehr bekannt ist. Hier gehen Jürgens Videos viral. Bis zu einer Million Aufrufe haben seine Automaten-Videos. Wie im letzten Video versprochen, steht er jetzt hier. Internet-Schatz suchen sind gerade krass im Trend. Dabei verstecken Leute irgendwo auf der Welt einen Preis oder sich selbst und rufen dann zur Suche auf. Wer zuerst am richtigen Ort ist, bekommt den Schatz. Meist Geld, Uhren oder andere Preise. Was wäre denn der Hauptgewinn in Jürgens Automaten? Wir haben jetzt schon ein paar Mal ein Handy gehabt, Smartwatch, Powerbank. Der Automat ist befüllt. Jetzt fehlt nur noch der virale Startschuss. Jetzt ist es soweit. Deutschlands zweiter Secret Pack Automat steht hier in Buchenburg. Steht hier den Berg rauf. Und ihr seht, Galileo ist auch noch mit dabei. Wir haben den Automaten extra mit richtig fetten, dicken Packs für euch gebüffelt. Das Video ist online. Wir stoppen die Zeit bis zum ersten Kunden. Timer läuft. Also beim allerersten Mal, da hat es, glaube ich, eine Viertelstunde gedauert. Das können wir toppen. Kunde Nummer 1 erscheint nach... Texte? 30. Was steckt im ersten Paket? Blumen. Okay, okay. Nächste Kunde kommt. Immer mehr kommen. Seid ihr alle für die Secret Pack Star? Es ist alles dabei. Sportbrillen, Handyhüllen, Schlafmasken. Diese Gruppe hat sogar eine kleine Reise hinter sich. Wie lange seid ihr jetzt hergefahren? Eineinhalb Stunden. Ob sich die Fahrt gelohnt hat? Die Gruppe zieht Jürgens Päckchen. Ob wirklich eine Decke drin ist? Das ist auf jeden Fall irgendwas Weiches. Nein! Das ist so gut. Also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall gelohnt. Die Schlange wächst. Jetzt müssen wir schnell sein. Sollen wir uns auch mal anstellen? Vielleicht habe ich Glück. Erstes ist für ein Mann. Dann das Team. Was zieht Reporterin Sabrina aus dem Paket? Duschkopf? Noch mehr Duschköpfe für den Wasserhahn. Ja! Auf einer Online-Plattform gibt es die gleichen Handbrausen für 23 Euro. Gib mir. Gib mir. Kameramann Paul kriegt natürlich auch ein Paket. 19 Euro Gewinn mit einem Alien-Schaltknauf für 27 Euro. Die Schuhe kosten Minimum 100 Euro. Handyhalterung fürs Auto ab 17 Euro. Sie hatte Glück. Gleich sieben Uhren. Im Wert von? 50 Euro. Wow! Dang! Uns fällt auf, dass bei vielen Paketen drei oder mehr gleiche Produkte drin sind. Das kennt man ja. Wer bestellt nicht gerne mehrere Optionen, um sich dann für eine zu entscheiden? Oft sind es aber auch Sachen, die man nicht braucht. Schade. Die zwei haben Samsung-Statt-iPhone-Handyhüllen bekommen, aber die kann man ja verkaufen. Die Eröffnung läuft super. Viermal musste Jürgen den Automaten heute nachfüllen. Sind noch mehr Standorte geplant? Natürlich sind wir dran, mit diesem Franchise-Konzept irgendwo dann weitere Standorte aufzubauen. Eine clevere Geschäftsidee. Doch eine Frage gibt's noch. Was bekommt Eimann? Ich hab ja vorhin einen Secret-Pack bekommen, darum ging es ja in unserem Beitrag am Anfang der Sendung. Hat unser Team mitgebracht und man weiß nicht, was drin ist, wenn man es kauft. Ich hab's schon mal aufgerissen und jetzt schauen wir mal gemeinsam rein, was da drin ist. Okay. Also keine Elektronik, aber offenbar drei Tablet-Hüllen.